Die Linke ist ja, was ist die Linke heute noch? Also die ist unter 5 Prozent. Die Linke hat sich komplett zerstören lassen durch Identitätspolitik. Also wofür steht die Linke noch? Und zu sagen, ja das wäre jetzt die Linke, ich weiß nicht. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen, die links sind, links heißt für mich kritisch gegenüber Machtstrukturen sind, die sozusagen auch gegenüber der Propaganda sind, der sie ausgesetzt sind, dass sehr viele von denen mit der neuen Linken nichts mehr zu tun haben wollen. Also ich sehe auch in beiden Lagern sehr vernünftige Menschen und die spreche ich auch mit meinem Kanal an. Wie ordnest du dich ein, wenn überhaupt? Ich bin in Teilen links, in Teilen rechts, aber ich habe auch kein Problem damit. Also rechts ist für mich keine Beleidigung, weil dieses Lagerdenken für mich in meinem persönlichen Prozess der Wahrheitsfindung keine Rolle spielt. Du weißt, es macht dich automatisch rechts? Ja.